so jungs so wie letztes jahr schon geschossen die sr 25 09 f 411 neun schuss brokart crown with white strobes and rife brokart main in den main sie werden sehen wir sind nicht am Main aber wir schießen in den Main kreis euskirchen bedankt euch für das feuerwerk ja wieder neun schuss wie soll christel kommen drauf mega kaltes teil ja richtig geilste also 401 411 von 455 schauen wir jetzt in den langen geschossen nach aber die 411 war die zweitbeste von den drei also dann bis im nächsten video und haut rein 411 415 15 15 16 18 20 20